Die Seniorenresidenz zur Erntekrone in Wiednitz hatte am Mittwoch zu einem Tag der offenen Tür eingeladen. Grund dafür war die offizielle Einweihung des Hauses. Jahrelang war die einstige Gaststätte ein Schandfleck im Dorf, der mit der Sanierung nicht nur verschwunden, sondern auch ein Hingucker geworden ist. Neben den Zimmern für eine ganztägige Betreuung bietet das Haus auch Kurzzeitpflege an.